willkommen zu hellen ring ein kleines ruinen video sagen wir mal so wir sind die ruinen von yellow anix richtung halligbaum unterwegs im geweihten schneefeld ruinen von yellow xanix mal gucken was haben die denn für uns eine große ratte eine wahnsinnige ratte ja ja Ja, 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 ja. also erstes das erste kleine gebiet scheint nichts zu sein außer er schreit so schön den muss ich erst was drin lassen ja ja gibt es nichts umgeschnitten hier war karma ja das war diesmal beritten aber ich könnte hier sogar meinen freund und kupferstecher mitnehmen aber wie lange kannst du das krasser kerl oder hallo ich war und nicht oder war na gut auge von yellow geck er weg gibt es doch nicht dass da nichts ist auch nix zum aufkloppen oder so ne sieht nicht so aus dann in den zweiten abschnitt ganzen krimsch kramsch nicht vergessen na da drin geht es richtig ab hier was ist denn los goldene rune 13 dankeschön ihr wollt mich doch veräppeln eine raureife rüber gelbe klot ist doch bloß ich sollte von oben rüber springen so sieht es aus das ist das geheimnis glaube ich und ein das ist das ist das ist der der Unerträgliche Raserei, was der da oben hatte. Tew 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 Tew. Da haben wir es. Lässt die heftige gelbende Rase Flammen aus ihren Augen. Jo. Man hätte ja das Pferd theoretisch auch hernehmen können, oder? Na egal, war schon gut so. So, das erste Geheimnis haben wir. Gibt es noch ein zweites? Gibt es noch ein zweites Geheimnis? 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 Das gibt's doch nicht, das sieht nicht zum Aufknüppeln aus, aber dieser Turm, dieser Turm. Steinschwertschlüssel, ok, ihr kennt mich, wer schon ein bisschen meine Videos geguckt hat, ich gucke lieber dreimal, ob ich dadurch mehr finde, weiß ich nicht, aber es sieht leider nichts aus. Dass man da irgendwie was klopfen könnte, ja, ich klopf halt jetzt auch nicht den ganzen Porten ab. Kann man da irgendwo noch raufhüpfen? Es war ein Riesending. Aber nicht mehr zu finden, ne? Da war dieses geheime Gedöns, gibt's da auf der anderen Seite noch was? Ja, guck mal, hier liegt noch was, goldene Rune 3. Ja, falls ihr da noch was gefunden habt, wäre cool, wenn ihr es hier in die Kommentare reinpacken könntet. Jetzt dachte ich, ich hab noch was. Scheiße. Hehe. Ok. Oha. Hehe. Deppe. Jo, Satz mit Dicks war wohl nix, ne? Na, was sagst du mein Freund? Sind wir fertig hier? Nein, nein, die machen wir noch platt. Vielleicht machen wir die platt und dann sind wir fertig hier. Ja. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.